Yo Leute, willkommen zurück zu Plengegewulft im Koop und dieses Mal bin ich nicht alleine, sondern hab den Stevie, Steve Stever dabei. Ja, ist klar, ist in Ordnung. Steve Stever. Das hab ich ja auch in meiner zweiten TTT-Runde stehen, im Titel. Der Typ, wo man nicht weiß, wie man ihn aussprechen soll oder was. Äh, ne, ähm, mit allen drei Schlagweiten. Da fängst du an, okay. Ja, also für alle, die es interessiert, ich spiel Supporter und er darf dann die Menschheit ausrotten dafür. Ähm, ich glaub, ich fange da an. Italien? Warum nicht? Weil es ein reiches Land ist und du eigentlich besser in einem armen Ländernstaat bist. It's too late, da kann man jetzt auch nichts mehr machen. Das ist richtig, da kannst du jetzt nichts mehr dran machen. So, ähm. Hatte das Spiel eigentlich mal Musik gehabt? Ich weiß es gar nicht. Hast du keine Ahnung? Äh, ähm, Audio. Nö, die hab ich damals für Streaming ausgestellt. Looooool. Jawohl. Das Ding, keine Musik. Ich hatte es für Streaming ausgeschaltet. Für Streaming hatte ich es damals ausgemacht, weil ich da Hintergrundmusik dann hab laufen lassen, deswegen. Na gut. Was hast du mir gerade gegeben? Was steht da? Ich hab dir deine Infektiosität erhöht. Boah, krass. Also so, und du spreadest es schneller. 50% Infektionsbonus, okay. Ja, da kommt gleich noch einer von. Das, das, das. Ja, ich, ähm, ich weiß nur nicht. Ich, ich, ich sollte auch ja an der Übertragung rangehen eigentlich und an den Fähigkeiten. Ja, halt hier entmischen und, äh, was ist? Tänzen. Das ist wichtig. Du, hast du das Englisch, äh, hast du das Spiel irgendwie auf Englisch oder was? Äh, ja. Ja, ich merk's. Ich nämlich, ich hab's nämlich auf Deutsch. Warum siehst du es auf, siehst du es jetzt auch auf Englisch? Nein. Aber weil du gerade, äh, die Sachen in Englisch erwähnt hattest, deswegen. Achso, ja, nee, ich hab das auf Englisch. Privat spiel ich es nur auf Englisch. Und ich hab, am Anfang hab ich's halt so gemacht, dass ich immer auf Deutsch dann umgestellt habe. Aber dann hab ich irgendwann gesagt, ganz ehrlich, fliegt da sowieso so schnell durch. Das bringt sowieso nicht. Ach, das war plötzlich. Aber um das, glaub ich, auf Englisch zu machen, müsste ich Steam auf Englisch machen oder so ein Kack. Ich weiß es nicht. Nein, muss du nicht. Du musst einfach nur in den Einstellungen. Zack. Das sind zwei, drei Klicks. Dann versuchen wir jetzt mal ein bisschen in die Richtung. Da könnten wir auch hin. Bloß keine Symptome am Anfang. Nee, die werden sich irgendwann selber entwickeln, leider, das weiß ich. Ja, da bin ich jetzt nach Island gekommen. Warte, bist du ernsthaft in Island angekommen? Läuft's? Ja, ich weiß noch nicht wie. Läuft bei dir, würde ich mal so sagen, ne? Alter, das ist immer geil. Du rast, aber auch nach vorne. Guck mal, wie langsam ich bin und du bist jetzt gleich schon bei einer Milliarde, ey. Ja, gut, ich hab in India gestartet. Pilzspur freigegeben. Ja. Kein Problem. Machen das. Das nächste Forschungslabor wird sich auf die Heilung von Giftpilz konzentrieren, steht da gerade. Das ist mir scheißegal. Es wollte ich dir. Ich werde sowieso down gehen. Ich schicke dich mal in die USA. Das macht Spaß. Besorgnis, erregne Krankheit in Indien. Ähm, du müsstest jetzt eigentlich schnell genug spreaden, dass du... Ja, ich kann ein bisschen noch an der Übertragung machen, darum geht's ja nicht. Äh, geh mal auf den Vogel, oben links den. Ja, ja, den hatte ich gerade schon ausgewählt gehabt sogar, muss ich sogar dazu sagen. Siehste. Ja, damit du von Europa halt erstmal alles komplett wegkriegst. Heil, äh, Heilmittelforschung-Labor in den USA errichtet. Ja, ja, ist kein Problem. Das ist gegen mich. Heilmittelforschung hat begonnen. Ja, ja, ist kein Problem. Entschuldige, dass ich's erwähne. Das ist kein Stress. Da hab ich gar keine Probleme mit. Nein. Oh. Ja, du rast mir aber auch weg und tust du das. Guck mal, wie weit du schon nach vorne gerast bist. Ja, das ist nix. Ich kill die Leute gleich kurz, bevor sie mich komplett erforscht haben und dann rotte ich mich selber aus. Dann musst du halt den Rest der Menschheit machen. Ja, guck mal, ob ich's hinkriege, ne? Ach, Greck. Was? Ja, die haben dich gefunden. Dabei hab ich aber... Hab ich... Ich hab, soweit ich weiß, an den Symptomen... Okay, es hat sich selber was entwickelt. Und zwar an der Schlaf... Die Schlafstörung. Sonst hab ich nix gemacht. So, wir gehen jetzt mal beide da in das Land rein. Und dann... Sag mal, ich selber hab an den Symptomen so nichts gemacht. Das... Da hat sich selber was einmal entwickelt. Und zwar Schlafstörung. Die Schlafstörung, die ist ja Standard. Also Schlafstörung hat jeder mal. Ne? So, wir sind jetzt beide im Irak drin. Also das Ding müssen wir ausraten. Kannst mir mal, äh, bei Fähigkeiten... Gibt es hinten rechts... Warte, warte mal kurz. Fähigkeiten, ja? Äh, dann ist rechts hast du so, ähm... Einmal oben und einmal unten hast du einmal den Totenkopf. Und einmal hast du das, ähm... Dieses Infekt... Äh, dieses Biohazard-Zeichen. Ja, ja. Bei dem Biohazard-Zeichen kannst du das Schwarze später nehmen. Das ist ganz wichtig. Aber noch nicht jetzt. Ich wollt grad sagen, du sagst es später. Da... Da musst du mir, äh... Oh, scheiße. Scheiße, ich bin schon bei 3%. Was soll das? Was soll das? Was soll scheiße hier? Schweilerei. Wenn man eigentlich überlegt, dass du derjenige bist, der eigentlich als erstes... Oder hattest du gesagt, verreckt mit... Bin ich schon bei 3% und du bist bei 1%? Ja. Ich weiß eigentlich, was du sagst. Also irgendwas läuft da falsch. So, das will ich mal eben haben, weil... Ich will von da in dieses Land... Dieses Land ist nämlich schwer. Ich hab mich mal nach Grönland geschoben, weil Grönland ist ein schwieriges Land, ranzukommen. Ich bin mal eben nach Grönland geflogen. So, ich fang jetzt mal an zu killen. Ja, schön. Äh, nur, äh... Ich muss ein bisschen achten, weil bei mir sind sie gleich schon... Gehen sie schon etwas hoch mit der Dingens. Ja, du kannst anfangen zu killen. So. Wir sind nahezu überall. Welche Länder fehlen denn noch? Warte mal kurz. Alle Länder sind betroffen schon. Ich bin mir böse, ne? Äh, also von daher... Keinen Stress. Keinen Stress. Keinen Stress? Oh. Jetzt kommt der zweite. Und... Zack, 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 zack. Komm, hier. Ich hab 126. 139, 149. An den A-Punkten. Also, ich kann machen. Ich kann locker machen. Ich kann locker machen, lann. So, und du darfst jetzt mal tödlicher werden. Puh, ich bin grad dabei, wenn du mal... Falls du das irgendwie liest. Ja, ich hab dir einen Tödlichkeitsbonus gegeben. Ja, ich hab jetzt noch gerade nur noch 11 Punkte. Ich kann sowieso gerade nicht mehr viel machen. Aber guck mal, wie schnell wir gerade nach vorne rasen mit dem Tod. Äh, ja, vor allem, dass ich gerade extrem tödlich bin. Du bist tödlicher als ich. Das ist irgend... Da läuft auch was verkehrt. Sind denn alle wenigstens... Ne, 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 ne. Es sind alle infiziert. Es sind alle infiziert. Ja, das ist aber richtig. Ich muss derjenige sein, der den Anfang killt. Ja, nur killst du gerade mehr als ich. Ja, ja, ich laute mich jetzt gerade selber aus. Ich mach dann den ganzen Rest, oder was? Ja, ja, klar. Weil, ich glaube, auf die Heilung muss ich nicht mehr achten. Die kriegen sie sowieso nicht mehr hin. Ja, ne, vor allem, ähm, kannst du... Unter dem Flugzeug, bei Fähigkeiten... Einmal das... In der Mitte hast du erforscht. Und dann kannst du einmal das Schwarze erforschen. Nicht das Gelbe, das Schwarze. Erledigt. Du sollst erforschen die mich schneller, aber dich langsamer. Ja, aber... Bis die dich fertig erforscht haben, hast du dich selber erledigt. Richtig, genau deswegen. Weil du hast noch... Du hast nicht mehr sehr viele. Ne, ich hab noch 29.000, 25.000... Also von daher... Ich achte schon gar nicht mehr auf diese Heilungsscheiße, weil sie kriegen uns sowieso nicht mehr platt. Ne, deswegen nicht. Äh, hast du die ganze Menschheit infiziert? Ähm... Warte... Zack, zack. Also auf jeden Fall ist keiner mehr gesund. Ja, okay, gut. Das sehe ich auf hier... Also das sehe ich mit dem Weltding. Also das ist... Weil gesund steht neu. Okay. Das heißt, wir können einmal dich jetzt tödlich machen. Sehr schön. Ich bin doch schon... Ich bin schon recht tödlich. Ja, aber wir können auch die hier setzen. Dann geht das noch schneller. Ich sehe gerade irgendwelche Totenkopfschädel so mitten auf der Map. Ja, die ploppen jetzt überall auf und da tötest du jetzt die Menschen nochmal fünfmal so schnell. Äußerst praktisches Ding. Was lebt denn jetzt eigentlich noch? Mh... Mh... Izzaland. Izzaland lebt noch. Ich habe noch 250... Ne, das war's. Easy. Wow. Ey, der Witz ist, die erste Runde, die ich mit Bevo gemacht hatte, war auch bei sieben Minuten. Jetzt haben wir eine Langsamgeschwindigkeit und wir haben gerade mal nur zehn Minuten. Ja, siehst du mal. Also, easy peasy. Der folgende neue Gentyp ist entdeckt worden. Ja, schön. Ja. Äh... Ärmerem Land hast du gesagt. Ne? Ja, Zentralafrika oder sowas. Könntest du starten. Zack. Weil du es gesagt hast. Guck, wo ich gestartet habe. Zentralafrika, ja, ja, ich seh's. Diesmal spielen wir im Normal, auf dem Schwierigkeitsstatus Normal. Gucken wir mal, ob wir es wieder so hinkriegen würden. Was hast du? Ups. Ne, ich hab gerade, äh... Ich bin's gewöhnt. Ich drück direkt auf die 3, damit's schneller geht, aber... Kannst du nicht, nicht im Koop. Außer du fragst nicht. Dann, und ich es zustimme. Das weißt du auch. Ja. Natürlich weiß ich das. So, zack, zack. Mal gucken, ob wir in diesem System es wieder hinkriegen. Wer weiß. Ja, ich als Supporter und du dann als die tödliche Krankheit. Das hat ja letztes Mal schon so gut funktioniert. Hat es das, ne? Aber ich geh mal mal... Ja, genau... Also genau so müsst ihr euch vorstellen, macht man das. Ja, weil ich glaube, scheinbar muss ich das Spiel nur noch mit ihm spielen. Nein, das wär unfair Bevo gegenüber. Ja, nicht nur Bevo, sondern auch den anderen, die für dieses Spiel zugesagt haben. Ne? Richtig. Das waren ja irgendwie sieben oder acht Leute. Ja, richtig. Ja, richtig. Oh, gut. Danke. Ich bin schon mal auf die Vögel gegangen, dann bin ich ein bisschen nach vorne gerutscht. Schau mal. Das erste, was du machen solltest, ist den Heuballen. Könnte ich auch gleich machen. Ich hab die Vögel... Ich hab jetzt was an... Wegen Wasser und so schon gemacht. Jetzt kann ich noch eben an den... Hab ich einmal Heuballen genommen. Ich könnte den zweiten auch noch nehmen, aber ich will jetzt nicht sofort alle meine... Deine Ernst! Ich schreib jetzt nicht, weil ich jetzt darauf keinen Nerv hab. Oh mein Gott, mein Discord geht mir auf den Piss. Ich wurde schon wieder... Das machen auch alles. Ich wurde im Discord schon wieder angeschrieben. Ich kann auch den Streamer-Modus nicht anmachen, weil ich streame nicht. Na, du hast die Pilzspur wieder freigegeben. Gamer auf der ganzen Welt verehren... Helix Fossil. Schön, wenn's dir Spaß macht. Ich bin im Fernsehen, ja. Ich hab Spaß. Leute, der hat einen Knall, hat der. Ganz klein. Irgendwie haben sie dich schon im Blick. Ja, jetzt gerade eben. Bei mir hat sich grad das Entzündungssymptom mutiert. Ja, dann entwickle jetzt zurück. Du hast sogar mehr als eins inzwischen schon. Ja, doch, stimmt. Den Ausschlag hab ich noch. Ich will erst mal komplett auf Null setzen, dann haben sie mich nicht im Blick. Bei wem fängt jetzt die Heilung an? Bei dir oder bei mir? Bei mir. Okay. Dann bin ich ja nochmal safe. Ich geh mal kurz an die Arzneimittelresistenz, weil einige Länder hemmen sich ja gerne mal dagegen. Ja, aber nicht bei dir. Also erstmal voll auf die Hitze. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich irgendwann in Deutschland oder so entkomme, die, die, die arbeiten ja gerne mal dagegen. Dass ich wenigstens einen Safe-Point habe, deswegen. Das ist gerade schlecht. Ich fall gerade aus Versehen Zentralafrika. Was? Ja, guck dir mal an. Ich bin gleich komplett in Zentralafrika. Alter, willst du mich gerade zerstören, oder was? Ich dachte, ich bin im Koop, nicht im Duell. Alter. Ja, irgendwie. Irgendwas läuft bei dem falsch. Ja, vor allem, du hast volle Infektiositätsbonus bei mir bekommen. Alle Infiziertblase in Zentralafrika. Ja. Und ich liebe diese deutsche Übersetzung manchmal. Die passt vorne und hinten manchmal nicht. Ja. Ja was? Alle Infiziertblase. Würdest du die Blase so nennen? Ja, kann ich nicht. Ja, siehst du. Habe ich mich einmal rüber geschickt und jetzt... Weiße, wie schicke ich denn jetzt nur dich? Gibt es ein Land, wo nur du bist? Fuck, ich bin in jedem Land mit dir. Ernsthaft? Fuck, ich kann mich nicht schicken. Ne, ich glaube, in Großbritannien, glaube ich, bin ich alleine, glaube ich, oder? Also bei mir bist du da überhaupt nicht. Ich bin ins Vereinigte Königreich mit acht Infizierten, sehe ich. Okay, bei mir nicht. Ja, ich bin da vorhin in mich reingegangen, deswegen weiß ich das. Jetzt bin ich in Brasilien mit knapp 20 Infizierten. Okay. Okay, das ist irgendwie schlecht gerade. Ich kriege dich nirgendwo hingeschickt. Scheiße. In Brasilien bin ich doch alleine. Ja, aber ich seh dich nicht. Mensch. Wo willst du, wo soll ich denn, ja komm schon. Wo soll ich denn hin? Keine Ahnung, es brennt halt überall hin. Ich werd gleich mal eben hoch. Na gut, in Grönland bist du schon. Na gut. Aber komm, ich komm mal auch. In Zentralasien bin ich schon. So, ich komm mal mit nach Grönland, ja. Mach das. Ich hab's jedenfalls versucht. Aber irgendwie bist jetzt nur du drin. Ja, keine Sorge. Ich werd auf jeden Fall... Du klaust mir gerade halbwegs komplett Afrika, weißt du das? Ja, Afrika ist komplett dicht bei mir. Außer Madagaskar. Madagaskar bin ich noch nicht dran. Ne, Madagaskar, da bin ich drin mit 28, mit knapp 30.000. Ja, ich seh auch, dass da Flecken drauf sind, aber ich seh bei mir nicht, dass da Infizierte sind. Und dementsprechend kann ich dich nicht schicken. Doch, ich kann nicht schicken. Warte, ich schick dich mal nach Kanada. Das heißt, du brauchst Kälteresistenz und die Drug... Der Witz ist, die Kälteresistenz hab ich gerade ernsthaft sogar wirklich einen Punkt gesetzt, bevor du das gesagt hattest. Ja, ich hab's gesehen. So, okay. Ich muss jetzt einmal töten. Ach du Scheiße! Wie schlecht geht's dir denn? Kannst du nicht ein bisschen dagegen arbeiten, kurz? Dass du ein bisschen wieder runterkommst oder so? Doch, kann ich. So. So, ich hab noch einen zweiten Punkt in die Kälte mal gesetzt. Die haben mich aber auch schon in die Heile gehauen. Aber wir rotten die jetzt aus. Wir rotten die aus. Ja, aber bei mir lohnt sie es noch nicht. Ich hab noch nicht so viel infiziert. Du hast mehr Infizierte als ich. Das ist egal, wir rotten die jetzt aus. Alle, die ich hab, die rotten ich jetzt aus. Hab ich auf jeden Fall mehr Leute ausgerottet als du. Ja, warum auch nur? Einfach mal ausrotten. Sterbt. Sterbt ihr Mistviecher. Sterbt ihr Mistviecher. Läuft. Fuck. Okay. Dann bin ich komplett erforscht. Scheiße, das sieht nicht gut aus. Aber du hast trotzdem eine gute Menge down gekriegt. So ist es nicht. Ah, läuft. Okay. Also wenn wir es schaffen, deinen Höchstverschein. Ich muss erst noch ein bisschen in die Übertragung und Fähigkeiten gehen, weil ich hab noch nicht alles. Bei mir sind noch über zwei Milliarden noch gesund. Es sind noch über zwei Milliarden gesund. Die Symptome mutieren sich hier bei mir selber. Ah, Moment. Wir gucken mal, was er so hat. Äh, wo geh ich noch rein? Ich denke mal, weil sie ja gerne das machen, kann ich da noch reingehen? In die Übertragung. Wo bist du jetzt noch nicht drin? Achso, da. Warte, ich bin noch nicht. In Karibik, Grönland, Island, Deutschland, Polen, Schweden und Neuseeland. Hey, Moment. Irgendwie sind hier gerade ganz viele Blasen aufgeklappt. Ja, auf einmal so ganz plötzlich so. Das sind meine Kjot-Blasen. Ah, jetzt bin ich in Grönland. Geht doch. Ja, ja, ich schick dich gerade. Du kannst, glaube ich, nachschauen, wo ich noch nicht bin, oder? Ja, ja, ich kann jetzt nachgucken. Ich kann dich auch nach Deutschland schicken. Möchtest du nach Deutschland? Da, jetzt schau mal nach Deutschland. Ich schau dich mal nach Deutschland. Das, das, das. So. Ähm, du darfst mir... Ja, hast du schon. Okay. Was denn? Infektiosität klauen. Hab ich... Ja, da hatte ich schon Punkte reingehauen. Oh shit. Äh, du kannst auch, äh, unten jetzt das Ding erforschen. Das Reshuffle... Achso, scheiße, du hast das auf Deutsch. Äh, das unterm Flugzeug. Damit du dich langsamer erforschen. Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Und dann das Schwarze. Das Schwarze musst du erforschen. Du kannst irgendwie sehen, was ich schon erforscht hab und was nicht, kann das sein? Richtig. Und dann auf der linken Seite... Ich hab nur, ich hab grad nur 26 Punkte, deswegen. Ach, scheiße. Mir fehlen gerade Punkte, noch genug Punkte, deswegen. Ja, die genetische Verhärtung brauchst du auf jeden Fall noch. Dann erforschen sie sich noch langsamer. Genetische Verhärtung, genet... Ja, Verhärzung, Verhärzung, Verhärzung. Bei mir ist nur... Nehmen den Drug Resistance. Bei mir ist Umbildung und Opfer... Ich denk mal die Umbildung, also die Verhärzung, glaub ich, ne? Äh... Keine Ahnung, es wird schwieriger, dich zu erforschen. Ja, wir sind schon gleich bei 40 Prozent und ich krieg kaum noch Punkte. Ja, okay. So, ich schick dich mal nach Schweden. Wie stehen das denn schön? Sweden. Sweden. Ja, und Neuseeland fehlt noch. Ja, ja, ich weiß. Schick ich dich auch hin. Keine Sorge. Schicken wir auch hin. Die wie auf Weltreise. So. Zack, zack. Umbildung, so, jetzt habt ihr es ein bisschen schwieriger. Ein kleines bisschen, aber auch nur. Ah, du killst schon. Tu ich das? Dann hat sich das Ding aber selber in die Richtung mutziert, sich gerade ja anfällert. Ne, das Problem ist, du hast hier Lethensheft gekauft. Der Tödlichkeitsdieb. Bei den Fähigkeiten. Das Schwarz ist ganz unten. Ja, dann haben wir diesmal verkackt. Ja, gut. Ja, du hast nämlich einen 50% Kill-Bonus. Ich sehe, aber mir geht es heilungstechnisch richtig scheiße, sehe ich gerade. Guckt ihr mal an, wie hoch ich schon bin. Und ich kann nichts machen, ich habe kaum Punkte. Ja, das sieht also... Die Runde haben wir verloren. Das schaffen wir nicht. Ne. War kein Fall. Ich habe nur 22 Points und 23 Points. 24 Points und damit kann ich mir nix wirklich holen. Schade. Ach, weißt du. Und da, dann kann ich, dass ich wenigstens noch irgendwas hinbekomme. Ne? Ja, eigentlich jetzt müsstest du nur auf Symptome gehen. Habe ich gerade gemacht und zwar. Die, die ich auch erforscht habe. Zum großen Teil bin ich jetzt mehr in den Mord gerutscht. Aber das bringt uns alles nichts, weil halt irgendwie... Ich kann auch das machen, ich kann das noch machen, ich kann das da machen. Und 100%. Nein, Stimil! Nein! So, ja. Das war's. Schade. Ich muss aber mal anmerken, wer von uns beiden hat denn dann mehr Leute gekillt? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Du. Ich würde sagen, da ich 45% der Menschheit gekillt habe und so 30%... Du kannst es über das Weltmenü sehen. Du hast mehr gekillt, du hast knapp 3 Milliarden gekillt und ich bin nicht mal bei einer Milliarde gekommen. Ja, gut. Wie viele haben denn... Ich habe auch 167 Punkte. Und knapp 3 Milliarden Leute haben überlebt. Startlang verloren. Ja, ich bin 171 inzwischen und jetzt bist du tot. Das ist keine Chance. 120 noch. 0. Wir sind tot. Nein! Nein! Hört los, steht 13 und Giftpilz 45. Ja, gut Leute. Dann sind wir in meinem Part einmal Sieg und einmal verloren. Ja, und bei meinem Part jetzt nur verloren. Gut. Naja. Gut. Kann man nix machen. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, wenn es euch soweit gefallen hat, dann lasst doch jeweils eine kleine Bewertung da. Der Link zu seinem Kanal ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao! Bei mir auch im Übrigen. Also, haut's rein! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020